Hallo, jetzt sind wir da unten im Fluss vom Temo. Der Kirch da, da stehen die Bambinis da jetzt an. Jetzt gehen die alle in die Kirche. Aber sehr geordnet und sehr diszipliniert. Tomate da, keine Reifetomate. Eine Idylle ist das schon hier. Der größte Fluss Sardiniens, sogar schiffbar. Aber da kommt kein Kirch da. Also es ist wild romantisch. Irgendwo klopft da ein Bauer rum mit seinem Traktor. Aber sonst ist hier tote Hose wie immer. Es ist also sagenhaft. Und die Wolke ist leer. Da ist ja kleine dran. Da ist oben die Burg. Die haben sie eingerüstet. Aber das ist auch nicht die Kirche. Das soll was Besonderes sein. Jetzt hören wir mal und sie überraschen.